Die Anwendung von Deflagün kann Zellveränderungen am Gebärmutterhals positiv beeinflussen und somit zu verbesserten Befunden der Krebsvorsorge beitragen. Die einzigartige Wirkstoffkombination aus Siliziumdioxid, Natriumselenid und Zitronensäure bindet Krankheitserreger, hemmt deren Ausbreitung und fördert den antioxidativen Schutz. Deflagün ist gut verträglich. Die einmal tägliche Anwendung dauert nur wenige Minuten und umfasst sieben einfache Schritte. Schütteln Sie die Flasche mit dem Vaginalgel vor dem Gebrauch. Entnehmen Sie mit einem der enthaltenen Einmalapplikatoren 5ml Gel aus der Flasche. Legen Sie sich bequem auf den Rücken, winkeln Sie Ihre Beine an und bringen Sie Ihr Becken mithilfe eines Kissens in eine leicht erhöhte Position. Führen Sie den Applikator tief in die Scheide bis zum Muttermund ein. Entleeren Sie den Applikator durch Druck auf den Kolben und ziehen Sie ihn anschließend aus der Scheide heraus. Bleiben Sie etwa eine Minute in dieser Position liegen. Entsorgen Sie den gebrauchten Applikator. Bitte beachten Sie vor der Anwendung von Deflagün auch die genauen Hinweise in der Gebrauchsinformation. Deflagün ist verschreibungspflichtig. Bitte besprechen Sie mit Ihrer Frauenärztin bzw. Ihrem Frauenarzt, ob die Anwendung in Ihrem Fall empfehlenswert ist.